Das bedeutet es, wenn du von einem verstorbenen, geliebten Menschen träumst. Besuch aus dem Jenseits. Es ist immer schwer und schmerzhaft, geliebte Menschen gehen lassen zu müssen. Zwar wissen wir zeitlebens ganz genau, dass dieser Moment eines Tages kommen wird, doch wirklich darauf vorbereiten kann uns nicht und niemand. Die Lücke, die geliebte Menschen in unserer Welt hinterlassen, kann kein anderer füllen. Das Einzige, was hilft, ist unsere Erinnerung an sie. Solange wir an sie denken und oft über sie sprechen, sind sie nicht wirklich tot. Sie leben nur in einer anderen, besseren Welt und fühlen keine Schmerzen und keinen Kummer mehr. Unsere Trauer über ihren Verlust lässt irgendwann nach, doch deshalb fehlen sie uns nicht weniger. Viele Menschen berichten davon, dass ihnen Geliebte, Verstorbene im Traum begegnen. Grund genug, sich dieses Phänomen einmal näher anzusehen. Wir möchten dir in unserem heutigen Podcast daher die gängigsten Interpretationen vorstellen, was es bedeuten kann, wenn dich traumhafter Besuch aus dem Jenseits ereilt. Nummer 1. Dein Leben ist aus dem Gleichgewicht geraten. Es ist schon erstaunlich, wie unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein arbeiten. Während wir von ersterem denken, alles mitzubekommen und Herren und Herr unserer Sinne zu sein, bleibt das Letztere ein ewiges Rätsel. Dass Träume in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, wissen wir bereits. Sie sind die großartige Bühne für alle Gedanken und Gefühle, die wir uns tagsüber versagen oder denen wir keine Zeit widmen möchten. Die Traumdeutung wurde seit den ersten Erkenntnissen von Sigmund Freud schon intensiv erforscht, beschrieben und diskutiert. Tatsache ist, wir wissen immer noch sehr wenig, aber vermuten ziemlich viel. Wer sich aufmerksam und mit gebotener Sensibilität seinen Träumen widmet, erkennt schon bald ein paar Muster und Auffälligkeiten in ihnen. Sie können erhobener Zeigefinger und Warnschild ebenso sein wie ein beruhigendes Placebo oder einfach nur ein Best-of unserer verdrängten Wünsche, Ängste und Hoffnungen. Erscheinen uns verstorbenen Traum, zu denen wir zeitlebens ein gutes und enges Verhältnis hatten, können sie eine Art Mahnwache darstellen. Es muss nicht nur Trauern für Lust bedeuten, wenn sie sich in unseren Traumbildern zeigen. Genauso oft zaubert unser Unterbewusstsein sie hervor, um uns andere Baustellen im Leben aufzuzeigen, an denen wir dringend arbeiten sollten. Vielleicht ist unsere Work-Life-Balance aus den Fugen geraten oder wir vernachlässigen uns selbststräflich, was schon Auswirkungen zeigt. Eventuell kommen unser Körper und unser Wohlbefinden zu kurz, unter Umständen aber auch unsere Seele oder unser Herz. Hör in Dich hinein, wenn Dir Deine Lieben im Traum erscheinen. Sie wollten zu Lebzeiten nur Dein Bestes und das wollen sie jetzt auch. Nummer 2 Der Kummer über diesen Verlust nagt noch immer an Dir Diese Deutung ist naheliegend und kommt den meisten Menschen daher auch als erstes in den Sinn, wenn sie ihren Verstorbenen im Traum begegnen. Trauer ist ein sehr individueller Prozess, für den es keine guten Ratschläge und schon gar keine allgemeingültige Gebrauchsanweisung gibt. Jeder Mensch trauert anders und darf sich diese Freiheit auch nehmen. Einige möchten ständig über ihren Verlust sprechen und sich den Kummer von der Seele reden. Wieder andere ziehen sich völlig von der Welt zurück und möchten keine Silbe über ihre persönliche Tragödie verlieren. Jede Art, damit umzugehen, ist in Ordnung. Ein Besser oder Schlechter gibt es nicht. Allerdings ist das Leben manchmal nicht nur grausam, indem es uns unsere Liebsten entreißt. Es lässt uns anschließend oft nicht einmal die Zeit, um angemessen zu trauern. Die Welt dreht sich unaufhörlich weiter und zeigt sich am Tag, nachdem die Unsere eingestürzt ist, als ob nichts geschehen wäre. Auch der Alltag geht unbarmherzig weiter. Oft bleibt uns daher viel zu wenig Zeit, um den plötzlichen Verlust überhaupt begreifen zu können. Von Verarbeiten kann ohnehin noch keine Rede sein. Diese Situationen sind es dann, wo wir das Trauern auf später verschieben. Dieses später dauert unserem Unterbewusstsein, das unter anderem für unser Gefühlsleben zuständig ist, aber zu lange. Es will jetzt und hier darüber sprechen und zeigt uns diese Notwendigkeit in Form von entsprechenden Traumsequenzen auf. Nummer 3. Du könntest eine starke Hand gebrauchen. Je nachdem, wer die Verstorbenen waren, die uns verlassen haben, fehlt uns im Leben eine Partnerin oder ein Partner, ein Elternteil, ein Mentor oder Freund. Unsere wichtigsten Bezugspersonen erfüllen alle mehrere Funktionen in unserem Leben. Sterben sie, entsteht ein Vakuum, das niemand so schnell füllen kann. Wenn wir uns immer auf ihren klugen Rat oder ihre Willensstärke verlassen konnten, sind wir plötzlich wie ein Schiff ohne Kapitän und müssen uns erst zurechtfinden mit den neuen Gegebenheiten. Dieses Gefühl der Orientierungslosigkeit und Überforderung manifestiert sich dann oft, indem uns unsere einstigen Weggefährten im Traum erscheinen. Ihre Botschaft lautet dann »Alles wird gut« oder »Du schaffst das«, auch wenn es schwerfällt. Wir werden einen Weg finden müssen, ab sofort ohne ihr Feedback und ihren Weitblick klarzukommen. Doch es tut gut, sie nach wie vor in gewisser Weise an unserer Seite zu wissen. Nr. 4 Eine andere Trennung macht dir zu schaffen Manchmal sind Traumbilder nur Platzhalter für andere. Im Falle von geliebten Verstorbenen können diese andere geliebte Menschen repräsentieren, die wir ziehen lassen mussten. Eine Trennung, das Ende einer Freundschaft oder ein Abschied auf Zeit, aus welchen Gründen auch immer, Menschen plötzlich nicht mehr bei uns zu haben, ist immer eine traumatische Erfahrung. Vielleicht wollen wir uns des Ausmaßes dieses Verlustes nicht eingestehen oder sind einmal mehr zu beschäftigt, um diese Zäsuren unserem Leben ausreichend zu würdigen und zu betrauern. Dann übernimmt wieder das Unterbewusstsein die Oberhand und führt uns im Schlaf. Bilder vor Augen, die eine Geschichte von Trennung und Schmerz erzählen, damit wir aufmerksamer und bewusster eine andere, vergleichbare Erfahrung verarbeiten. Es ist schon spannend, wie streng unser Unterbewusstsein unser Bewusstsein manchmal in die Pflicht nimmt. Schieben wir längst fällige Entscheidungen schon lange vor uns her oder neigen wir dazu, in suboptimalen Verhältnissen länger als unbedingt nötig auszuharren, schlägt es Alarm. Prokrastination ist ein Übel, das viele Menschen quält und nicht selten eben auch bis in ihren Schlaf verfolgt. Betrachte das Erscheinen deiner lieben Verstorbenen im Traum dann als freundliche Erinnerung daran, dass die Dinge nicht einfacher werden, wenn man sie endlos auf die lange Bank schiebt. Je nachdem, in welchem Verhältnis Du zu Deinem traumhaften Besuch aus dem Jenseits standest, kann sein Erscheinen als gütige Stränge oder gelbe Karte interpretiert werden. Wir selbst wissen ja ganz genau, dass chronisches Aufschieben von Entscheidungen uns nicht weiterbringt. Doch manchmal bedarf es einer speziellen Erinnerung aus dem Reich der Schatten, damit uns ein Licht aufgeht. Unser heutiges Fazit Der Tod ist das Ende eines Kapitels, nicht Eurer Geschichte. Es ist tröstlich zu wissen, dass unsere Verstorbenen nur diese Welt verlassen haben, aber nicht uns. Wir können sie in unseren Herzen, unseren Gesprächen und unseren Träumen in Erinnerung behalten. Je öfter wir an sie denken, desto präsenter sind sie in unserem Leben. Manchmal wird es sich so anfühlen, als ob sie tatsächlich noch mit uns am Tisch sitzen. Solche Empfindungen sind kein Spuk und keine Manifestation von Trauer. Sie sind der Beweis dafür, dass die Liebe niemals aufhört. Wenn Dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern eine Daumen nach oben.